Der Lehrer hat mit den Kindern Geografie. Jeden Montag stelle ich euch gleich in der Früh eine Frage. Wer die Frage richtig beantworten kann, hat bis Donnerstag frei. Frage am ersten Montag, wie viele Liter Wasser hat das Mittelmeer? Keiner weiß es. Frage am zweiten Montag, wie viele Sandkörner hat die Sahara? Wieder weiß es keiner. Am dritten Montag legt eine Schülerin einen Euro auf den Lehrertisch. Der Lehrer, wem gehört dieser Euro? Die Schülerin mir. Und tschüss bis Donnerstag.